Alihallo und herzlich willkommen zu einem neuen oder zu einem ersten let's play von battlefield 1 und lasst uns starten also ich nehme auf er kann es wohl nicht fragt mich nicht warum noch nicht warum noch weil ich irgendwie noch was weil ich noch irgendwie muss bei bandicam einstellen ach ja übrigens wenn ihr eine gute empfehlung für ein aufnahmeprogramm hat das nicht so viel gigabyte hat dann bei mir bitte ja nimm mal die story mit einem verlustfreien codec hat viel wenig gearbeitet ha 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 ich bin mal es nicht so lange ich auch nicht also genau so sieht es aus du bist da oben ich renne jetzt nicht so dass mir zu gefährlich da unten du hast du Müsste ich ein Sternchen sehen bei mir. Ich habe gerade auf dich geschossen. Ui, 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 ui! War ich tot, oder? Ne, noch nicht. Bewertet mich nicht zu hart, ich bin kein Ego-Shooter-Type. Auuuch. War das hell. Das ist alles Englisch und ich verstehe kein Wort. Das macht nichts. Übersetzt für mich. Wenn du zu mir kommst, können wir ein bisschen RT-Ballon. So, wo bist du? Da bist du. So, jetzt haben wir mal ihre Deckung zerstört. Ah, die Grafik ist schon richtig krass. Uh, wir sind Quad. Hä? Wir sind Türken. Geh, tu irgendwas mit Artillerie. Ich weiß schon, was man hier machen muss. Alles gut. Oh, wir sind Türken. Scheiße. Ah, ich bin tot. Seriously? Da waren noch gar keine Gegner. So, oben, links. Da ist noch ein Sniper, ja, ja. Ach, scheiße. Ich weiß schon, dass da einer ist. Hmm... 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 you guys were there then oh my god absolutely nice enemy coordinates have been sent to our artillery okay this is camper noob beim anderen da war ich gerade am nachladen passiert boah ich bin so schlecht in diesen Pillen was hast du? Sniper? Sandro und Sniper hey ah fuck the enemy has armed objective butter we have lost objective apples ich du musst einfach irgendein mt nehmen und mitten in alles rein rein du bist das einzige was was bringt immer noch ich bin Sniper bombardierum chabuk olun we have defused objective butter bombardierum chabuk olun oh 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 enemy coordinates have been sent to our artillery ouch oh monkey troll heißt da jemand lol den habe ich gerade gekillt und den hat mich der Panzer ja jetzt noch kurz was zum technischen von battlefield direct x12 unterstützung in der beta hat es meine empfehlung ist lasst es ist nicht gut oh wtf hattest du ein glück wer? auch ich hab nur ein ap jollo geht schon geht schon wir noch kurz ein bisschen warten hallo dann gehts weiter hey return back ja ja du bist aus der arena raus hm return to the combat area das kann man schon mal machen fuck ich bin auch tot artillerietruck yo die musst du mit c4 am besten von hinten und den bumm machen oje ich glaube dafür wird es jetzt Zeit da ist ein sniper scheiße jetzt muss ich rushen ok wir müssen mal schön in deckung bleiben ja spielen tue ich ja in 4k ähm crossfire unterstützung nein machts auch aus falls ihr zwei karten habt das ähm ja gibt so ein unschönes gefilterere ist denn beinahe unspielbar oder ich würd mal zeigen es ist unspielbar genauso wie mit direct x12 wenn man das spiel denn gar nicht verschärfen kann oj wo nimmst du mit bandycam auf? äh take story wieso meinst du? wieso? so jetzt geh ich auch mal schnell snipen so 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 auch wieder sniper alter übrigens das ist keine autoload sniper sandro du musst immer ja ich hab's gemerkt schießen weg zielen sch verdammt was? genau totes scheiss pferd ja was machst du eigentlich auch immer bei mir? genau wie du bei world of tanks immer bei mir bist ja 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 doch das meistgespielte spiel auf der welt ha ja ja mehr wie gta und mehr wie ähm wie heißt das komische spiel schon wieder? vielleicht weil's thrill to play ist ähm irgendwas mit w ah das ist eigentlich ein ding der unmöglichkeit das ist mein arsch noch nicht so aber wieso kann man diese komische art hier nicht nehmen? oooh easy ja geil hallo olivio scheiße ja du bist mit dem pforzer da kann man auch hinten drauf und ballern aber lass mal das seil steckt fest ja das seil steckt fest ja falsch war den ausgewählt mit dem kann man nix in die luft laden 3-4 Hilfe da hinten ist so ein komischer typ das seil dann oops Ups. Boom. Baslösel. Ich bin tot. Schon wieder. Tja ja, so richtig eingespielt hat ich das. Who are the squad leader? Keine Ahnung. Eigentlich habe ich dich. Denkst du? Ich denke nicht. Ich schon. Oh das war ein Glitch Shot. Hinter dem Stein hat er mich erwischt. Komm mal wo ich stehe man. Nee das ist so verbuggt. Du kannst jemanden durch den Stein töten. Ist mir heute morgen auch schonmal passiert. Einfach draufgeballert auf den Stein. Der hinter mir ist verreckt. Autsch. Ja da unten ist ein Sniper und du hast Sniper und triffst nichts. Ey ich habe ihn getroffen. Der ist aber nicht tot. Aber er hat extrem Schaden genommen. Ahhhh. Flatsch. Flatsch. Russian, irgendwer. Ah der Typ da oben. Hey wie kann man jetzt eigentlich liegen? Nix. Schau mal auf den. Hey es geht nicht. Schau mal. Dann schau mal in den Einstellungen nach. Optionen. Controls. Gewegt. Controls. Controls. Warns. Keine Ahnung was das heisst. Sensibilität. Das ist mir egal. Scheisse. Nachladen. Come on. Hey steht nichts. Kann man nicht nachschauen. Also eigentlich müsste es gehen. Hier steht nichts. Barrage. Retrieve. Gut ich habe mir Battlefield 1 vorgestellt. Schau mal ich bin hier hinten bei dir. Bin ich am Boden. Schau mal. Kriege ich oder nicht? Nö du bist so in der Hocke. Ja eben das ist jetzt mit X. Au. Äh. Gut wenigstens haben sie an der Steuerung nicht viel geändert. Mit V die Optik und so weiter. Oh mein Gott ich kann auch nicht so brechen mit Sniper. Was immer fies ist wenn der jemand mit einem MG zu läuft und du hast eine Sniper in der Hand. Kommt nicht gut. Ah. Ja direkt hier vorne. Ist jetzt grad so ein komischer Typ gewesen. Ich lass das auch mit dem Snipen. Das kommt bei mir nie so gut raus. Ja eigentlich schon wenn ich wüsste wenn er sie ducken würde. Dem gebe ich eine Granate zu fressen. Ist hier oben jemand. Ja. Jetzt aber nicht mehr. Ist der hier hoch gekommen? Weiß nicht. Der hat aber eine Granate geschluckt wenn da irgend jemand war. Oh Hilfe. Ich hab dann zwei Kills. Ja du hast zwei Kills. Ah. Ich bin direkt bei den. Ah. Hilfe. Ah. Geht das nicht wie bei Minecraft. Kann man jetzt noch nicht schlöderspringen. Ich bin bombardierabend. Ich bin bombardierabend. Ich bin bombardierabend. Waffe ich auf meine Beine. Ich bin bombardierabend. ich war zu langsam ich war zu langsam keine chance doch habe ich jetzt das sind die insider die können noch andere waffen haben ich sag ja keine chance ja nur wegen diesem panzer ein panzer auf den menschen wäre ich schon so blöd dann muss ich ihn halt in die luft sprengen ist klar ja der panzer sah hat mich auch ist klar oder ne die habe ich noch nie ausgewählt noch nie sind die da oben immer noch sniper ja ich habe vier vier ja ok dann machen wir das so ja ich nehme auch mal sniper dann ist es nur fair aber jetzt trauen sie sich nicht mehr hey schau mal die können hinlegen und ich nicht haa headshot bitch hehehehe oh shit komm komm trau dich trau dich trau dich zeig dich ja ich hole ihn keine angst ne du bist tot ne bin ich nicht ne ne da fehlt noch viel naja gut so viel jetzt auch nicht muss mich hier ein bisschen verkepfen bleib zurück weg aber nicht mehr in die deckung gehen ouch komm schon ey wer scheißt da schon die ganze zeit ja kann ich dir HP nehmen kann ich dich umbringen hä nein hör auf hör auf geht das denn lass es aber ich muss mich hier kurz heilen ja dann gehe ich wieder vor und dann da oben ist so ein scheiß Typ schauen wir mal du sagst mir wo sie sind da oben ah ja die die müssen sich nur trauen rauszukommen ja ich habe totgeschossen ja scheiße Glück gehabt bitch ouch der hat sich verglitscht egal ich nehme wieder Panzer du hast 4 aber du hast mehr Tote und du hast ein scheiß Ping 58 ja ich weiß da oben hat einer 35 aber ich glaube der kommt aus Amerika oh scheiße jetzt habe ich verloren wieso? Artie ist hinter meinem Arsch her ja da kannst du nichts machen ein rennen ist zu langsam Retreat and defend our new objectives tabak ah flatsch flatsch? hässlicher Typ wie der scheißnacker oh sie kommen jetzt hierher sie sind jetzt hier ist ja geil der du bist du hinter mir huuuu hör auf hör auf ah ja genau weil ich aufgehört habe nein wegen der Deckung wie kann man sich jetzt hinlegen? ach scheiße weiß ich wenn ich wüsste wie man sich hinlegen würde wäre alles gut weiss ich aber nicht wie schon gesagt wir müssen nachschauen wir sind die opz Nein, 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 nein. Autsch. Autsch und unsere neue Objekte zu retten. Die Musik passt aber. Ja, das geht immer noch. Lampen zerschießen. Ja, ich hab jemanden gekillt. Ja, ich hab jemanden mit der Pistole von hinten. Ich hab jemanden mit der Pistole von hinten. Ich hab jemanden mit der Pistole von hinten. Ich hab jemanden mit der Pistole von hinten.